Lieber Professor Dingermann, im dritten Teil unseres Corona-Podcasts möchte ich noch einmal die Impfsituation aufgreifen. Uns haben hierzu weitere Fragen erreicht, zum Beispiel diese hier. Ist die Impfstoffforschung eigentlich ein Wettbewerb oder ist das eine Kooperation? Nun, in der Wissenschaft herrscht immer Kooperation, muss man ganz klar sagen. Und das gilt auch für große Firmen. Auch hier wird kooperiert. Allerdings hat die Kooperation natürlich auch Grenzen, denn gerade bei so starken Themen wie beispielsweise Impfstoffforschung, da herrscht natürlich auch Wettbewerb. Und das ist nicht schlecht, denn der echte Fortschritt, der kommt immer aus einer Wettbewerbssituation heraus. Wenn kein Wettbewerb mehr möglich ist oder wenn Wettbewerb sich nicht rentiert, dann werden wir auch keinen Fortschritt haben. Und da gerade hier tatsächlich enormer Wettbewerb herrscht, man hat ungefähr in der Größenordnung von knapp 50 Impfstoffprojekten im Moment auf dem Schirm, wird man hier auch relativ schnell Fortschritte sehen. Kommen wir zur zweiten Frage. Wäre die Impfung, wenn es denn eine gibt, eigentlich eine Impfempfehlung ähnlich der Grippeimpfung? Also wäre es wie eine zusätzliche Impfung oder würde es einfach ein Update sein der jährlichen Grippeimpfung? Nein, da muss man ganz klar sagen, das wäre eine zusätzliche Impfung. Die Grippeimpfung taugt nicht, um vor SARS-CoV-2-Infektionen zu schützen. Das ist bereits jetzt vollkommen klar. Es wäre also eine zusätzliche Impfung. Aber diese Impfung wäre natürlich eine Impfempfehlung. Wenn die STIKO sich dazu durchringt, das muss man auch ganz klar sagen, aber eine Impfpflicht in diesem frühen Teil, die wir ja normalerweise sowieso nicht kennen, bis jetzt auf die Masern-Impfpflicht, die wird es in diesem Fall mit Sicherheit nicht geben. Es wird wahrscheinlich auch nicht notwendig sein, sich jedes Jahr impfen zu lassen, wie das bei der Grippeimpfung der Fall ist. Man sieht Anzeichen, dass das Genom dieses SARS-CoV-2-Virus deutlich stabiler ist als beispielsweise das Influenza-Genom, sodass diese Impfung voraussichtlich deutlich länger halten wird als nur eine Periode. Das sind ja ganz gute Aussichten, wenn es denn endlich mal einen Impfstoff gibt. Ich habe noch eine Frage, die betrifft das am 1. März 2020 in Kraft getretene Masernschutzgesetz, das ja unter anderem erlaubt, die Durchführung von Grippeschutzimpfungen in Apotheken im Rahmen von regionalen Modellvorhaben. Können also künftige Corona-Impfungen in Apotheken im Rahmen dieses fünfjährigen Modellversuchs auch stattfinden? Das glaube ich nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass das möglich ist und ich glaube auch, dass das nicht sinnvoll wäre. Man muss zunächst einmal Erfahrungen sammeln mit dieser Impfung. Man weiß im Moment noch gar nichts. Aber selbst wenn die Impfung da ist, dann wird man natürlich auch dahingehend Erfahrungen sammeln müssen, wie oft es hier, ich sage mal, zu Impfzwischenfällen kommt. Wie oft hier tatsächlich eine gewisse Notfallsituation, beispielsweise ein anaphylaktischer Schock auftreten wird. Und dazu muss man entsprechend ausgerüstet sein. Das wird nur in Arztpraxen möglich sein. Die Tatsache, dass den Apothekerinnen und Apothekern erlaubt wird, vielleicht sogar gefordert wird, gegen Grippe zu impfen, die beruht auch darauf, dass dieser Impfstoff extrem gut verträglich ist, sodass es hier ganz selten zu diesen Zwischenfällen kommt. Und solange man das nicht für den Corona-Impfstoff weiß, und das wird eine ganze Zeit lang dauern, kann man davon ausgehen, dass Impfen in der Apotheke gegen diese Infektion nicht möglich ist. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, betrifft das sprichwörtliche Medikamente-Hamster. Wir wissen natürlich, dass viele Menschen in der Krise dazu neigen, sich zu bevorraten, sich möglicherweise überzubevorraten. Macht diese Praktik aus Ihrer Sicht auch für den Apotheker Sinn? Wo muss der Grenzen ziehen? Hamstern macht natürlich keinen Sinn und schon erst recht nicht hamstern von Arzneimitteln. Denn Arzneimittel werden ja nicht täglich genommen, sondern sie werden bei Bedarf genommen. Gerade die Arzneimittel, die hier im Verdacht stehen, geramstert zu werden, was man so sagen darf, das sind ja oft Selbstmedikationsmedikamente und davon sollte man ganz dringend abraten. Wo dies auffällt, da kann man einen realistischen Verdacht äußern, dass diese Kunden oder Patienten nicht richtig mit Medikamenten umgehen. Hamstern bei Arzneimitteln macht im Hauptkern Sinn. Darf ich hier nochmal nachfragen, wenn der Apotheker selber in der Situation ist, seine Vorratsverpflichtung sozusagen nachzukommen, ist es unter Umständen etwas, was man als Apotheker dennoch erwägen sollte? Man muss ja eigentlich vorbereitet sein für eine gewisse Nachfrage. Kann ein Apotheker nicht unter Umständen in die Verlockung oder in die Versuchung geraten, hier sich überzubevorraten? Das ist auch eine gute Frage und diese Frage zielt vor allen Dingen auf die Situationen ab, wo lebensnotwendige Arzneimittel tatsächlich zur Mangelware werden. Hier ist darüber nachgedacht worden, beispielsweise im Kontext der italienischen Krise, weil dort zum Teil sehr viele Arzneimittel hergestellt werden, die tatsächlich lebensnotwendig sind, ich nenne mal Antiepileptika oder so, da könnte man auf die Idee kommen, ganz clever sich zu bevorraten als Apotheker oder Apothekerin. Das ist natürlich sehr fragwürdig, da nicht wirklich dem Allgemeinwohl verpflichten und aus diesem Grund sollte man das nicht machen. Haben Sie vielen Dank, Herr Professor Dingermann.